Lost Woods, Haunted from the Nara the Freeze Kapitel 1 Jeder Schritt, den wir auf dem Pfaden des Lebens bestreiten, führt uns unweigerlich unserem Schicksal entgegen. Wir können uns vormachen, dass wir unser Leben selbst bestimmen, dass wir emanzipiert voranschreiten, uns nicht von äußeren Umständen beeinflussen lassen, aber wenn wir das glauben, hängen wir einer Lüge nach. Und nichts ist schlimmer, als eine Lüge zu leben, zumindest für mich. Deshalb bin ich heute Nachmittag in den Wald gegangen, weil ich die Lüge abschüttern wollte, weil ich unabhängig und stark sein wollte, etwas beitragen wollte. Ist es noch weit, Mami? Säuerlich verzog ich das Gesicht, als ob ich auf eine Zitrone gebissen hätte, aber ich wünschte mir, es vielleicht allein getan zu haben. Faith sprang aufgeregt vor mir auf und ab, um einen Blick auf das Schild werfen zu können, das vor mir in den Boden gerammt worden war. Das Schild strahlte Widersprüchlichkeit aus, unbehandeltes Holz, so ungeschliffen wie die Natur hier oben in den Bergen North Carolinas, und doch stand ich vor einer filigranen Arbeit, die den Weg zu Keenan O'Brien wies. Zarte Schnörkel, die mit liebevoller Hand, aber mit Tatkraft dem Material abgerungen waren. Markant schienen sie sich in die Materie gefressen zu haben, und doch wirkten sie so feingliedrig, dass mich das Gefühl überkam, ein Kunstwerk vor mir zu haben. Grob und ekstatisch zugleich. Zögerlich trat ich einen Schritt vor, wollte jede Verzierung mit den Fingern nachfahren, doch die Angst, die Arbeit mit der Unwissenheit einer nicht vorhandenen Kunstbegabung zu zerstören, ließ mich meinen Arm wieder sinken. Nein, ich war nicht hier, um O'Briens Arbeit zu bewundern, das würde ich noch früh genug können, wenn ich bekam, was ich wollte. Ich habe keine Ahnung, Schätzchen, murmelte ich und riss mich von der Studie des Schildes los. Die Aufschrift Carpenter, die mich so sehr faszinierte, wurde von einem Pfeil untermalt, der naturgetreu ins Holz gearbeitet worden war, dass es so aussah, als wäre er einfach aufgeklebt. Aber wenn man genau hinsah, erkannte man, dass die Schnitzerei direkt aus dem darunterliegenden Holz gefertigt worden war. Eine perfekte optische Täuschung. Schier unglaublich. Keenan O'Brien war ein Künstler und genau das, was Missy Caldwell, Faiths Klassenlehrerin, vorschwebte. Miss Caldwell plante eine Theateraufführung der ersten Klasse und hatte etwas ganz Besonderes im Sinn. Shakespeare's Sommernachtstraum. Definitiv kein Stoff für Kinder. Absolut schleierhaft, diese Entscheidung. Aber gut, ich wollte mich mehr im sozialen Leben vom Marshall einbringen, also hatte ich mich freiwillig geweldet, den grießgrämigen Künstler aufzusuchen und ihn darum zu bitten, eine Kulisse für das Schultheater anzufertigen. Die anderen Eltern tuschelten hinter vorgehaltener Hand und flüsterten, dass dies keine gute Idee war, die Neue in die Berge zu schicken, zumal Mr. O'Brien offensichtlich nicht für seine Umgänglichkeit bekannt zu sein schien. Aber meine große Klappe und die gerade erfolgreich hinter mich gebrachte Flucht vor Faith, Vater, trieben mich dazu, mich freiwillig zu melden. Letztlich führten die Warnungen und das Getusche der anderen Eltern nur dazu, dass ich noch entschlossener verkündet hatte, Mr. O'Brien den guten Zweck schmackhaft zu machen. Denn Geld, um ein neues Bühnenbild zu bezahlen, besaß die Schule keines. Als ich jedoch vor dem Schild stand und die Arbeit entsetzt musterte, wurde mir klar, dass dies eine ganz blöde Idee gewesen war. Jemand, der so wundervolle Schnitzereien anfertigte, würde wohl kaum ein Bühnenbild für eine dumme Theateraufführung der örtlichen Elementary School erstellen, zudem noch völlig kostenlos. Wie konnte ich nur so bescheuert sein? Ich sollte Faith nehmen und einfach wieder nach Haus gehen, mich für meinen Enthusiasmus entschuldigen und Mami, komm, da hinten steht dein Haus, hörte dich Faiths Stimme von irgendwo weit weg. Verdammt, wo steckt sie? Statt mich mit den Konsequenzen meines vorlauten Mundwerks zu beschäftigen, hätte ich lieber auf meine siebenjährige Tochter aufpassen sollen. Schließlich wohnten wir erst seit ein paar Monaten an Marshall und sie kannte sich in der Gegend noch nicht aus, geschweige denn im Wald. Überall Bäume, wohin meinen Marshall auch kam. Die ganze Stadt bestand nur aus Bäumen. Schätzchen, wo bist du? Bleib bitte in meiner Nähe, rief ich meiner Tochter hinterher, ließ das Schild links liegen und wandte mich in die Richtung, in der ich ihre Stimme vermutete. Hier, Mom, komm her, das Haus ist krass. Dieses Kind brachte mich um den Verstand. Sobald sie etwas Interessantes entdeckte, stürzte sie wie eine Irre hinterher, vergaß alles um sich herum und dachte nur noch an ihre Entdeckung. Eigentlich eine wundervolle Charakteristik, so kindlich, so lebhaft, mein kleiner Sonnenschein. Aber manchmal trieb sie mich in den Wahnsinn, vor allem dann, wenn ich lieber den Rückzug antreten wollte. Doch als ich dem Waldpfad folgte und schließlich ihrer Stimme nachgehend auf eine sonnendurchflutete Lichtung trat, stockte mir der Atem. In Faiths Augen war jeder gewöhnliche Käfer einen Ausruf, das erstaunenswert, aber diesmal übertrieb sie kein bisschen. Das Haus glich einem Meisterwerk. Keinesfalls verwunderlich, wenn ich an das kunstvolle Hinweisschild dachte, wenn Mr. O'Brien schon so viel Zeit in einen simplen Wegweiser investierte, sollte mich das Haus nicht überraschen. Auf in den Waldboden getriebenen Stämmen stand ein achteckiges flaches Haus mit einer umlaufenden Veranda, großen Fenstern und einer doppelten Eingangstür. Die Veranda umzäunten geschälte Stämme, denn das Astwerk bildete die Absperrung. Das ganze Haus sah aus, als wäre es einmal mit Baumrinde umfasst worden und wirkte daher fast wie ein Baumstumpf, den man mit einem Dach krönte. Nur die Fenster sparte der Erbauer aus, das flache Dach bedeckte hölzerne Schindeln, darunter konnte ich noch eine Art Schilf oder Reet ausmachen. Alles in allem wirkte das Dach sehr solide, aber das ganze Haus wirkte wie ein breiter Baum und fügte sich nahtlos in die weidige Umgebung ein. Der Erbauer hatte die Lage so gewählt, dass dieses Haus an einem kleinen Hang lehnte, sodass der hintere Teil auf der Erde stand, während die Vorderseite auf mehreren Stämmen thronte. Seitlich verbreitete sich die Veranda und ich vermutete, dass sich dort ein paar Sitzgelegenheiten befanden, die dazu einluden, abends auf den Bachlauf hinunter zu blicken und den Sonnenuntergang zu genießen. Unter dem Haus lagerte Mr. O'Brien stapelweise Feuerholz. Außerdem erspäte ich einen Spaltblock, Äxte und anderes Werkzeug. Das konnte aber unmöglich dazu gemacht sein, um filigrane Schnitzarbeiten anzufertigen. Die Ausrüstung eignete sich eher für gröbere Arbeiten. Je länger ich das Haus betrachtete, desto sicherer war ich mir. Hier lebte jemand, der eine tiefe Verbundenheit mit der Natur pflegte. Und ich kam mir vor wie ein Eindringling, der diese Ruhe störte. Besser, wir gingen einfach wieder, bevor uns der Besitzer dieses Einots bemerkte. »Faith«, rief ich nach meiner Tochter, die bereits die Eingangstreppe erklomm. Ihre blonden Locken hüpften auf und ab, als sie jede Stufe einzeln hinaufsprang. »Ich glaube, es ist niemand zu Hause. Komm, lass uns ein anderer mal herkommen.« Als sie den oberen Treppenabsatz erreite, drehte sie sich mit verschränkten Armen zu mir um. »Aber Mami«, beschwerte sie sich lautstark, sodass man uns eigentlich gar nicht überhören konnte. Zornig schob sie die Unterlippe hervor, doch dann änderte sich schlagartig ihr Gesichtsausdruck. Ein Hauch Täufelchen zuckte über ihr Engelsgesicht, verwundet runzelte ich die Stirn. »Faith«, trund blickte ich meine Tochter an, als ein Windhauch meinen Nacken streifte. »Das sollten Sie lieber lassen«, raunte eine tiefe, raue Stimme hinter mir. Erschrocken schrie ich auf und machte einen Satz nach vorn. Doch entsetzt stellte ich fest, dass meine Füße in der Luft baumelten und irgendetwas mich hielt. Erst mit einiger Verspätung registrierte mein Verstand, dass ich gegen eine starke Brust gedrückt wurde und nur deshalb in der Luft zappelte, weil mich jemand an der Taille packte. Das konnte nur O'Brien sein. »Lassen Sie mich runter!« »Wirklich? Da runter?«, verspottete er mich. Ich blickte nach unten. Erst jetzt merkte ich, dass ich beinahe in einem Abgrund gefallen wäre. Unter mir tat sich eine schmale Schlucht auf. Das Rauschen des Waldes überlagerte das Plätschern des kleinen Bachlaufs. Die Schlucht war nicht tief, aber der Gedanke, dass Faith alleine über diesen Steg zum Baumhaus gelaufen war, ließ mich den Fremden, O'Brien, fast vergessen. »Nein, natürlich nicht, bitte auf die Brücke!« Die Brust in meinem Rücken hob und senkte sich in kurzen Abständen, als er tief lachte. Der Laut klang keineswegs freundlich, eher überheblich und sehr herablassend. »Meine Tochter ist da oben, bitte!«, beklagte ich und kam mir dabei ein klein wenig jämmerlich vor. Aber wenn es um Faiths Sicherheit ging, hätte ich sogar gebettet. Sein Lachen erstarb abrupt. »Natürlich, ihr sorgt euch immer um euren Nachwuchs.« Statt mich einfach auf die schmale Brücke zu stellen, trug er mich über die Schlucht, die kleine Anhöhe hinauf bis zum Fuße der Treppe, an deren oberen Ende meine Tochter stand und uns mit einem Blick musterte, den sie sonst nur für den Weihnachtsmann übrig hatte. Plackes Entsetzen löste das teuflische Grinsen ab. In Gedanken machte ich mir eine Notiz. Solche Momente, der nie um eine Antwort verlegene Nachwuchs sprachlos entsetzt, sollte man sich als alleinerziehende Mutter gut einprägen. Davon zehrte ich Wochen. Doch leider brachte mich O'Brien dermaßen aus dem Konzept, dass die Freude über Faiths Entsetzen nur von kurzer Dauer war. Dass er mich mit einem Arm, und das wurde mir wahrlich erst jetzt bewusst, herumtrug, konnte sie jedoch nicht dermaßen schockiert haben, dass, noch während mir klar wurde, dass seine Mutter zu sehen, wie sie von einem Wildfremden herumgetragen wurde, tatsächlich eine Siebenjährige schockieren könnte, drehte ich mich um und bemerkte, wie mein Kiefer aufklappte und in der Stellung verhackte. Mit offenem Mund starte ich Mr. O'Brien an. Als die anderen Eltern hinter vorgehaltener Hand von Keenan O'Brien sprach, erwartete ich ein Mann im mittleren Alter, untersetzt, dicker Bauch und äußerst mürrisch auf Eindringlinge reagierend. Ich musste meine Einschätzung drängend korrigieren. Bis auf seine mürrische Reaktion stimmte das kein bisschen. Grimmig, zusammengezogene Augenbrauen musterten mich mit unverhohlenem Interesse. Unter den dunklen Wülsten starrten mich tiefschwarze Augen an, die unübersehbar Feindseligkeit ausstrahlten. Seine markante Nase toppte ein ausgeprägter Rücken und sein Mund. Oh mein Gott. Würde er mich etwas weniger so herausfordernd ansehen, würde ich mich tatsächlich danach sehen, die Fähigkeiten dieser sinnlich geschwungenen Lippen zu preisen, aber er benutzte sie stattdessen, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Nein, er zog sie zu einem herablassenden Grinsen zurecht. Tiefschwarzes Haar bändigte ein zweckmäßiges Haarband. Ein paar Strähnen hingen ihm wirr ins Gesicht und ließen mich darauf schließen, dass es ihm in offenem Zustand vermutlich bis auf die Schultern reichte. Dieser Mann verkörpert die fleischgewordenen Fantasien schlafloser Nächte und dann zerstört er seine überwältigende Erscheinung, indem er mich unsanft beiseite stieß. Hey! empörte ich mich und stemmte wütend die Hände in die Hüften. Keenan O'Brien überragte mich um mindestens zwei Köpfe. Sie sollten auf ihr Balk achtgeben, knurrte er, stapfte die Treppe hinauf und klemmte sich Faith unter den Arm, als würde sie nichts wiegen. Meine Tochter quietschte begeistert. Entsetzt riss ich die Augen auf, keineswegs wissend, ob ich mich über seine Bezeichnung für meine Tochter, die unsanfte Behandlung, derselben oder den Schubser beschweren sollte. Ich schwankte noch, als er die Treppe wieder herunterdonnerte. Faith packte und sie mir wie ein nasses Kätzchen entgegenhielt. Nehmen Sie und dann gehen Sie, das ist privat besetzt. Faith stieß ein freudiges Kluxen aus und wandte sich in meinem Griff. Das kitzelt! Mr. O'Brien zog angewidert eine Augenbraue hoch. In seiner Mimik wechselten sich Ekel und Angst ab. Angst? Vor einem kleinen Mädchen? Innerlich kicherte ich auf. Und mir kam eine Idee. Eigentlich sollte ich ihn verbal zurechtstutzen, dann meine Tochter nehmen und verschwinden. Der Mann strahlte eine undefinierbare Härte aus, glich in seiner Größe einem Baum und wirkte sehr gefährlich, aber eine Siebenjährige überforderte ihn. Das werde ich, nachdem Sie mir zugehört haben. Ich nahm meine Tochter entgegen und stellte sie auf die erste Treppenstufe. Faith machte ein enttäuschtes Gesicht, doch ich schüttelte unmerklich den Kopf, nahm ihre Hand und schob sie hinter mich. Sie sind doch O'Brien! Der Mann wandte mir den Rücken zu und ging zur Haustür. Wer denn sonst? Ich muss Ihnen nicht mit Nichten zuhören. Sie verlassen unverzüglich meinen Besitz. Empört zuckte ich zurück. Was stimmte denn mit dem nicht? Das Getusche der anderen Eltern im Ohr lief ich die Treppe hinauf. So leicht würde ich mich unter keinen Umständen abschüttern lassen. Mr. O'Brien, ich brauche nur einen Moment Ihrer Zeit. Ich möchte Ihnen nur von einem Schulprojekt erzählen, bei dem Sie Faith und Ihre Klasse unterstützen können. Nein! Er stapfte ins Haus. Ich mische mich nie in die Angelegenheiten der Stadt ein. Gehen Sie endlich sich stören! Er ließ mich einfach stehen und verschwand im Inneren. Doch die Tür blieb offen, was ich als Einladung ihm zu folgen verstand. Also eilte ich hinterher. Meiner Tochter warf ich einen warnenden Blick über die Schulter zu, doch sie interessierte sich vielmehr für die Einrichtung der Hütte. Zugegeben, die Ausstattung beeindruckte mich. Staunend blieb ich in den achteckigen Raum stehen.